Es ist soweit, du kannst die GTA Trilogie vorbestellen, was es dich kostet, für welche Plattformen, ein Release-Datum und vieles mehr. Wir sprechen im heutigen Video drüber, insofern bleib auf jeden Fall bis zum Ende am Start. Gute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, hier auf Julex. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, heute sprechen wir mal über neue, bestätigte Informationen von Rockstar Games, über den offiziellen Store zu dem Spiel und vieles mehr. Eine Sache hat Rockstar Games aber noch geändert und die erwähne ich nur ganz kurz, weil es einfach schnell geht. Und zwar hat Rockstar Games das Design ihrer Webseite verändert bzw. verbessert. Früher war das immer sehr, sehr weiß, jetzt ist das Ganze eben oben mit einem Slider, sieht ziemlich nice aus. Ist halt eine Kleinigkeit, die Rockstar Games geändert hat und die ich somit hier einmal kurz erwähnen wollte. Aber das soll überhaupt nicht das Hauptthema sein, denn im Rockstar Games Store selber haben wir eine ganze Menge, über was wir reden können. Erstmal, Rockstar Games hat das komplette Design überarbeitet. Wer erinnert sich von euch noch an dieses weiße Design mit den gelben Buttons? Das ist jetzt weg. Rockstar Games hat den gesamten Store überarbeitet und er sieht meines Erachtens jetzt deutlich moderner und ziemlich nice aus. Wir haben oben den Reiter mit allen Spielen, die wir eben kaufen können, Kollektionen und eben auch Merchandise. Und wenn wir jetzt auf die Seite von der GTA Trilogie, The Definitive Edition gehen, dann haben wir jetzt erstmal ein paar Sachen zur Auswahl. Ich fasse euch jetzt die gesamte Seite erstmal ganz kurz und knapp zusammen. Die Leute, die sich da jetzt nochmal fürs Detail interessieren, die können einfach dranbleiben und die, die nur das Wichtige wissen wollen, die können dann einfach abschalten. Denn dann geht es einfach nur noch ins Detail. Also zusammengefasst, es gibt zwei Release Daten. Einmal den 11. November und den 6. Dezember. Am 11. November erscheint das Spiel digital, das heißt ihr könnt es euch runterladen. Wenn ihr eine physische Edition haben wollt, also wirklich eine CD in der Hand haben wollt, dann müsst ihr bis zum 6. Dezember warten. Bisher scheint es so, als würde das Spiel erst einmal digital nur für PC, PS5, Xbox Series X bzw. S und die Switch erscheinen. Für die PS4 und Xbox One scheint es aktuell so, als würde das Spiel erst am 6. Dezember erscheinen und dann auch nur auf CD. Behandelt diese Information erst nochmal mit ein bisschen Vorsicht, aber so scheint es im Moment. Was kostet uns dieses Spiel bzw. diese Spiele? Und zwar zahlt ihr für alle drei zusammen 60 Euro. Ist ja auch ungefähr der Betrag, der bereits geleakt wurde. Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass für diese 60 Euro ihr drei komplette Spiele bekommt, das heißt 20 Euro für ein Spiel. Ich denke, das ist auf jeden Fall fair. Eine kurze Sache vielleicht noch und zwar würde ich dir empfehlen, dass solltest du dir das Spiel digital kaufen wollen, einfach noch ein bisschen zu warten. Denn ob du es jetzt vorbestellst oder in fünf Tagen ist dann auch egal. Und du hast eben den Vorteil, dass bis dahin vermutlich auf diverse Key-Reseller-Seiten, wie zum Beispiel Instant Gaming, einfach die Keys billiger sein werden als direkt bei Rockstar Games. Und du verpasst ja nichts, wenn du einfach noch ein paar Tage wartest, erst recht bei der digitalen Edition. Wenn du das Ganze natürlich auf CD haben willst, dann kannst du auch jetzt schon vorbestellen, weil das gibt es ja nicht bei Key-Resellern. Aber da musst du eben auch bedenken, dass du das Spiel eben erst deutlich später spielen kannst. Fast einen ganzen Monat. Okay, das ist jetzt eigentlich auch schon die Webseite zusammengefasst. Es geht halt wirklich sehr, sehr schnell. Aber ich habe euch ja versprochen, für die Leute, die sich dafür ins Detail interessieren, werden wir das Ganze jetzt auch nochmal ein bisschen auseinander nehmen. Also, die Webseite besteht eben aus mehreren Blöcken. Der erste Block, den haben wir uns ja jetzt angeschaut, sieht man eben die ganzen Konsolen, was es kostet und so weiter und so fort. Im zweiten Block bekommen wir jetzt mal ein paar Spieldetails und Rockstar Games schreibt hier eben folgendes. Drei ikonische Städte. Drei epische Geschichten. Spiele die Klassiker der ursprünglichen Grand Theft Auto Trilogie, Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto White City und Grand Theft Auto San Andreas, die mit übergreifenden Verbesserungen für eine neue Generation überarbeitet wurden. Mit brillanter, neuer Beleuchtung und Umgebungsverbesserungen, hochauflösenden Texturen, erhöhten Sichtweiten, Steuerung und Zielmechanik in Anlehnung an Grand Theft Auto 5 und viele mehr, um diesen geliebten Welten mit höherem Detailreichtum neues Leben einzuhauchen. Und jetzt wechseln sie einfach auf Englisch, was in meinen Augen keinen Sinn macht, aber ganz grob übersetzt bedeutet das eben, dass wenn man bis zum 5. Januar das Spiel im Rockstar Games Launcher oder Rockstar Games Store kauft, man eben einen 10 Euro Gutschein bekommt oder 10 Dollar Gutschein für den nächsten Kauf in dem Store, welcher über 15 Euro ist, also wenn Leute öfters bei Rockstar Games einkaufen, kann das ganz interessant sein. Auf der rechten Seite sehen wir außerdem noch ein paar andere interessante, ja wie soll ich sagen, ein paar interessante Details, zum Beispiel das Spiel ist erst ab 18, GTA San Andreas war damals ab 16, allerdings GTA 3 ab 18 und somit rutscht GTA San Andreas, wenn sie das Ganze als Bündel verkaufen, natürlich auch mit hoch auf FSK 18. Der Publisher ist Rockstar Games, wen wundert's, das Erscheinungsdatum ist, wie gesagt, der 11. November 2021, also schon wirklich recht bald. Dann gibt es noch haufenweise Links, die führen allerdings einfach nur zu den offiziellen Rockstar Games Kanälen auf Instagram, Facebook etc. Ist jetzt nicht ganz so interessant. Im nächsten Abschnitt schreibt Rockstar Games dann noch was über die einzelnen Teile für GTA 3, schreiben sie eben, Alles beginnt in Liberty City, die frei erkundbare Spielwelt, in der du dich mit jedem anlegen kannst, macht die skrupellose kriminelle Unterwelt zu deinem Spielplatz, wenn du dich traust, in sie einzutauchen. Dann hätten wir noch für GTA Vice City folgende Beschreibung. Willkommen in den 80ern, erlebe Tommy Vanchettis Geschichte über Betrug und Vergeltung in der in Neonlicht getränkten tropischen Metropole Vice City. Einer Stadt voller Exzesse, die nur darauf wartet, dass du sie dir unter den Nagel reißt, auf deine Art und Weise. Und zu guter Letzt hätten wir jetzt noch meinen persönlichen Lieblingsteil von den drei, und zwar die Beschreibung von GTA San Andreas. Und zwar schreiben sie hier, nachdem ihm einige korrupte Cops einen Mord anhängen, muss Carl, also CJ Johnson, abhauen. Auf eine Reise, die ihn durch ganz San Andreas führt, um seine Familie zu retten und die Straßen unter seine Kontrolle zu bringen. Das ist eine relativ nette Ausdrucksweise für das, was man letztendlich im Spiel macht. Unter schützte Sprachen gibt es auch noch einige und unter anderem eben auch Deutsch, ist allerdings wahrscheinlich nur Untertitel. Dementsprechend ist das jetzt, ja, nichts Neues in dem Sinne. Am Ende gibt es noch etwas Cues, aber die sind jetzt, glaube ich, eher erstmal uninteressant. Was ich an der Stelle auch nochmal anmerken möchte, was ich besonders interessant finde, ist, dass diese ganzen Beschreibungen schon vor einiger Zeit geleakt waren. Erinnert ihr euch? Ich hatte dazu sogar ein Video gemacht und, ja, zeigt einfach mal wieder, dass die Leaks wohl doch richtig waren. Systemanforderungen für alle PC-Spieler sind übrigens auch auf dieser Webseite verlinkt. Und zwar, wenn man einmal auf PC klingt, dann hat man eben ganz unten noch die verschiedenen Anforderungen. Zum Beispiel, dass die Mindestanforderungen ein Windows 10 Betriebssystem sind, ein Intel Core i5-2700K, mindestens 8 GB Arbeitsspeicher, allerdings sind 16 empfohlen, eine GeForce GTX 760 mit 2 GB VRAM oder eben auch noch Festplattenspeicher, mindestens 45 GB, ist somit deutlich kleiner als der benötigte Speicher für GTA 5. Im Xbox Store kann man außerdem noch erfahren, dass das Spiel wohl ein Singleplayer-Spiel ist, dass es wohl 4K-Ultra-HD optimiert ist und, ja, am Ende, das sind eigentlich auch schon alle Details, die wir da noch rausbekommen. Und ja, Freunde, das waren jetzt alle neuen Informationen zur GTA-Trilogie. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, das Video. Wir werden heute mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch einen Trailer, einen offiziellen Gameplay-Trailer zur GTA-Trilogie erhalten. Ich werde das Ganze entweder live streamen oder einfach ein Video dazu machen. Also ich kann dir wirklich nur empfehlen, einfach mal ein Abo dazulassen, damit du das auf gar keinen Fall verpasst. Und noch besser, Freunde, teilt das Video mit all deinen Freunden auf Facebook, WhatsApp, Twitter etc., damit auch diese top informiert sind und ihr zusammen den Hype rund um die GTA-Trilogie umso höher halten könnt. Also, ich bin an der Stelle jetzt raus. Wir sehnen uns, wenn dann der Trailer später raus ist. Und bis dahin, gehabt euch wohl, euer Herr Newstime. Ach nee, warte mal, das war ein anderer. Ich sag einfach nur Tschüss. Ciao! Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.